Hi Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde CSGO. Heute Danger Zone. Mal sehen, ob heute was geht hier oder nicht, weil das ist eigentlich gar nicht mein Spielmodus Danger Zone. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Video auch schon mal aufgenommen, aber die Aufnahme ist gefällt, warum auch immer. Yo! Die Aufnahme ist gefällt, warum auch immer. Tonspur hat nicht gepasst. Also nochmal kurz vorweg, Danger Zone ist so absolut nicht meine Spielmodus. Weil ich diesen Spielmodus damit gar nicht klarkomme. Ist halt so überhaupt nicht meins. Auch PUBG damals schon überhaupt nicht meins. Und wie heißt das andere noch? Fortnite. Seht ihr, ich kenne nicht mal richtig den Namen. Ist halt einfach nicht so meine Sache. Aber ja, jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wo gehen wir hin? Da. Da gehen wir hin. Da ist natürlich auch wieder mit dabei, wie immer. Und jetzt gucken wir mal, ob wir sie weghauen können. Oh, wie ich das hasse, wenn sie die Location nicht wählen. Die hat nur Location gewählt. Ja, aber es dauert ja dann immer noch ewig. So, mal gucken, wo wir hier gelandet sind. Die neue Map habe ich bis jetzt erst zweimal gespielt. Die A stürzt doch noch mehr ab und da ist auch schon direkt ein Gegner. Und ich habe nichts. Ja, er haut zum Glück auch direkt ab. Na, ne, na toll. Damit kann ich jetzt auch für den Moment so viel anfangen. Also, ein bisschen Cash, das nehmen wir noch mit. Hast du schon ein Messer oder irgendwas? Das ist meine Nova hier. Da liegt nur Geld dran. So, ich sollte jetzt schleunigst eine Waffe finden oder irgendwas. Hm? Ja. Ah, da ist was. Ich komm. So, eine Schrot. Ich habe schon ewig kein Standardknife mehr gesehen. Das ist schon ein Messer. Ich habe es auch übelst mitgenommen. Das ist deine Drohne hier. Also, links von uns geht auf jeden Fall wieder Action. Da ist auch schon wieder jemand gespawnt. Kam hier auch jemand runter? Na, auf jeden Fall sollten wir jetzt mal irgendwas machen. Da kommt schon wieder die... Ja, ich war noch nicht. Ach so. Da kommt sie. Bleibt es nicht. Weiß nicht, wo sie sie abgeschmissen hat. Siehst du es nicht auf der Karte? Dann wird sie wahrscheinlich auch nicht oben liegen. Ach, ich habe schon ein bisschen. Ach. Ja, da sind zwei Gegner. Gleich zwei. Als ob er Hedgehattet mich sofort. Ach, scheiße. Ja, und weil du jetzt draufgegangen bist, wurde mein Respawn gecancelt. Ja, bei mir auch. Ja, Mist. Das war ja ärgerlich. So, gerade sechs Minuten aufgenommen. Naja, was soll's. Machen wir einfach noch eine Runde. Würde ich sagen. Ja, ich habe ja gerade gesagt. Wir machen einfach noch eine Runde. Und schauen mal, ob wir jetzt besser werden wie sechster Platz. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Also irgendwie waren wir auf der alten Mat besser. Hier auf das 3.0 geht noch nicht so gut. Alles Cheater. Alles Cheater. Nein, Quatsch. Aber weißt du, ich hatte auch eine Schrot. Warum bin ich zurückgegangen? Ich hätte voll auf ihn draufgehen sollen. War ihm du anstieg gut? Ja. Und wie geht's euch so? Ja, freut mich zu hören. Ich muss mir unbedingt wieder Gesprächsthemen einfallen lassen für diese ruhigen Momente, weil zurzeit fällt mir hier absolut nichts ein. Deswegen habt ihr bei Minecraft auch immer hin und wieder mal einfach so die Stille. Alles cool. Ganz ruhig. Das Pass kam wieder zurück. Da ist irgendwo ein Gegner hier, glaube ich. Ja, ja. Also manchmal glaubst du echt, sie zucken hier so rum und kassieren dich trotzdem. Und natürlich nutzt er das aus, dass ich da einen anderen Abknall wichse. So, jetzt geht's los. Wo gehen wir diesmal hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist schon mal gut. Mitten rein. Auch gut, dass wir ja direkt von Gegnern umzingelt sind. Sonst macht es ja gar keinen Spaß. Müssen wir gleich richtig auf die Fresse kriegen. Okay. Okay. Ich bin wach. Ich bin wach. Alles cool. Ich bin wach. Kann ich da rein? Ja, ich kann da rein. Ausnahmsweise. Sehr schön. Schon mal direkt Rüstung. Und immerhin auch schon mal eine Piste. Das ist ein Gegner. Ich bin gerade auch so unterwegs im Kerl. Also überlebt nach Möglichkeiten einfach. Ja, nehm. Ja, nehm. Ja, nehm. Ne Pistel habe ich. Ne große Wache wäre nicht schlecht. Guck auf die Map. Hint mal unten. Ja, ich bin mit diesem Map gucken nicht so... Da hat irgendwo jemand gesprengt. Also seid vorsichtig. Und da fliegt auch ne Drohne durch die Gegend. Also läufst du direkt auf jemanden zu. Ja, komm. Also. Ich gebe mir eins. da kommt schon wieder die rote grütze ja da recht er weiß ich habe hier kaum munition auf der dinge gegner man kommen den scheiß will sich keiner anschauen ja haben wir es wieder verkackt wieder nur siebter oder so geworden irgendwann werden wir auch hier besser wenn es euch trotzdem gefallen hat würde ich mich über ein däumchen freuen und viel spaß euch bis zum nächsten mal